Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Happy Wheels Video. Und heute mal ohne den Sound, weil irgendwie funktioniert der Sound nicht vom Laptop. Deswegen werde ich einfach ganz normal Musik hinzufügen. Ich hoffe es ist okay für euch. Ja und ja. Oh mein Gott, das ist ein geiles Level. Oh crap, oh Timmy, no! Okay, Timmy ist dort. Geiles Level muss ich auf... Oh mein Gott, er ist auf jeden Fall ein geiles Level. Und ich hab den König umgebracht, juhu! Uuuuh! Mhh! Mhh! Ist doch einfach nur schön. Ach ne, oder? Ja. Jetzt lädt hier wieder mal nichts. Ja, sorry Leute, aber... Es ist ja egal. Es ist ja egal. Ich hasse es, wenn sowas passiert. Na ist ja egal. Schon funktioniert nicht, also... Werde ich einfach Musik hinzufügen. Aber... Na gut, ihr werdet mich dann zwar nicht verstehen. Aber damit... Ich kann nicht Plus auf dem Erstellen. Möchtest du leben? Möchtest du leben? Ehm... Möchtest du leben? Dann spül nicht mal Minigun… Bigger Call. Alles klar. Alles klar. das ist ja noch nicht das macht Spaß Uhr wir können ich will nur die Kaffee nur nur Kleinköpfe die und wie mehr jetzt nur bis sich ein ganzes Leben X-Buzz Zombies. Okay. Mal schauen. Ach so. Das ist auch ein schönes Level. Und schön an den Kopf gewischt. Das macht doch Spaß. Und das geht wohl nichts. Ach das ist doch ein schönes Level. Pogo Jump Neon. Cool, cool. Ja, das ist jetzt ziemlich Neon. Ja, ja. Ja. Nice, nice. Oh my god. Hacker. Gut, okay, okay. Oh no. Das ist gefährlich. Das ist ziemlich gefährlich. Oh, das ist... Und... Oh ja, alles klar. Ja, ja. Und ich schaffe es natürlich nicht so wie... so schlecht wie ich bin. Und... Ich schaue es nicht. Das ist ja wieder mal der aller aller Schlauste. Du... Dann... 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 Und... Bam. So. Happy Wheels Freak. Bam! Naja, das ist ziemlich nice, das Level, Ultimate Glass Break. Okay, alles klar, alles klar, okay, okay, bam, medium. Medium, medium, jetzt soll Hart kommen, das schaffe ich aber auch locker. Hart geht ja so einfach, also bitte. Und wenn, und wenn, als ob. Ach, das ist doch easy. Okay, das hier doch nicht, das ist extrem. Das schaffe ich natürlich auch kein Ding für den King. Kein Ding für den King. Oh, jetzt ist es hart. Das ist wirklich hart. Oh no. Alles klar. Alles klar. Oh, nice. Okay, einfach mal werfen. Okay, ich kriege, mal schauen, mal schauen, immer schon warten, immer schon warten. Die Nummer 3. Oh, mein Glück, mein Glück. Die Nummer 5. Jetzt bräuchte ich die 21, die 21 oder, nein, ich schaff die 4. 2. Ich brauche 21 immer noch, also 6. 7. 22. Und die 23. Wenn ich so wenig Glück habe. Die 1 und die 2 habe ich bekommen. Ich muss doch die 9. Oh, 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 yes, yes, ich habe das Bingo. Ich, ich habe das Bingo. Seht ihr das? Das Bingo. Na gut. Oh, schon, schon. Jet Boy 2. Okay. Ach, das ist auch cool, das ist auch cool, das ist auch cool. Ah, ihr seht das gar nicht, oder? Ihr seht das gar nicht richtig, fuck. Äh, ja gut, ihr seht das gar nicht richtig, aber, ja doch, doch, doch. Ihr seht schon einiges. Oh, jetzt, jetzt, jetzt starte ich durch, äh, jetzt, oh mein Gott. Jetzt kommt der Runner. Oh, jetzt wieder ganz langsam. Okay, schon ein geiles Level. So, gut. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Geiles Bild auf jeden Fall. Tschüss.